Hallöchen Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge von CitySkylines aus dieser Ausnahmesession. Die letzte Folge danach kann ich wieder auf eure Kommentare eingehen. Ja ich warte jetzt eigentlich gerade so ein bisschen darauf dass hier sich was tut. Lustigerweise hatten wir vorhin voll die Nachfrage nach Gewerbegebiet. Ja die ist jetzt halt plötzlich weg. Jetzt ist es auf einmal wieder da. Also ich verstehe es manchmal nicht so ganz was mir dieses spiel sagen will. Ich habe mir überlegt hier noch normales Wohngebiet hinzupacken oder was heißt normales Wohngebiet also generell halt mal Wohngebiet hinzupacken und ich denke das werde ich jetzt auch einmal heute komplett hier reinbauen einmal wirklich schön viel Wohngebiet quasi auch für zukünftige Stadtbewohner allerdings machen wir hier nur leicht besiedeltes Wohngebiet hin. Also gering besiedeltes. Ich sage immer leicht ich weiß nicht warum. Nur gering besiedeltes Wohngebiet hat den Vorteil dass es hübscher aussieht weil da kannst du einfach zwischendurch auch mal ein paar Parks reinsetzen und dann sieht man die wenigstens auch mal. Klar bei den stark besiedelten dicht besiedelten Wohngebieten habe ich ja auch Parks und so drin aber da sieht man die halt irgendwie nie. Und wir stampfen jetzt hier einmal komplett wieder ein Wohngebiet aus dem Boden so richtig so ein Stadtplaner deswegen mach jetzt hier mal ganz neue Art und Weise der Straßenplanung. Wahrscheinlich wieder ineffektiv as hell aber da bin ich ja eh nicht so der Held drin in effektiv bauen. Das wisst ihr ja mittlerweile zu genüge. Aber dafür sehen meine Städte nicht so ganz scheiße aus. Ich finde es halt dieses bei manchen anderen Let's Playern. Ich nenne da jetzt keine Namen. Dieses Schachbrettartige. Das finde ich immer so potten hässlich. Ich muss gestehen das habe ich früher bei SimCity 2000 und so habe ich das auch gemacht. Aber mittlerweile bin ich da definitiv von abgekommen wie man sehen kann. Ich bin mal gespannt was es hier in solchen Stellen gibt. Hier sind ja jetzt keine Ampeln und keine Kreisel. Eigentlich dürfte es da keine Staus geben. Bin mal gespannt. So. Also ihr seht das wird bestimmt eine ganz nette Geschichte hier dieses Wohnviertel. Wenn ich denn Leute rein bekommen das ist halt die andere Frage. So. Und muss ich mal gucken. Hier beschweren sich die ganze Zeit die Leute. Oh. Dass ihr Müll nicht abgeholt wird. Ich baue mal hier noch Müll abholzeugen. Sollte passen. Hier bauen wir auch noch eine hin. Ist mir jetzt egal ob die da rumheulen. Sollen sich dran gewöhnen. Bei uns in der Stadt steht auch eine Müllverbrennungsanlage rum und hier beschwert sich auch keiner. Ähm. Die packen wir da hin. Und da unten kommt auch noch eine hin. Ich habe gerade so viel Geld. Da kann ich jetzt wirklich erstmal dieses komplette Viertel so ausstatten wie ich es haben möchte. Gerade schon fast ein Luxusproblem. Finde ich total geil. Ich glaube so viel Kohle hatte ich noch nie in dem Spiel. Da kann man auch ein bisschen kreativ werden. Nur wenn die hier wirklich alle anfangen zu bauen dann kriege ich massive Energie und Wasserprobleme glaube ich. Das wird richtig übel werden. Naja. Aber wir fangen jetzt erstmal an überhaupt. Warte mal. Ne. Bevor ich anfange. Ich upgrade diese Autobahn. Und zwar kriegen die hier Lärmschutzwelle hin. Weil das ist ja im Wohngebiet und so. Ne. Da muss das ja nicht sein. Das hier die ganze Zeit von der Autobahn genervt werden. Genau wie hier. Brauche ich auch noch schnell diese Welle hin. Diese Lärmschutzwelle. Da machen wir das auch noch. Wenn wir schon gerade dabei sind. Da sind sogar schon bei den Brücken. So. Guck mal. Da freuen die sich schon. Das langt schon, dass die sich freuen. Finde ich voll cool. Gut. Ähm. Fangen wir mal an würde ich sagen. Die brauchen logischerweise auch was zum Einkaufen. Die Damen und Herren. Das heißt hier kommt auch. Äh. Wie heißt's. Gewerbegebiet rein. Das werde ich jetzt einfach mal zwischendurch immer hier so ein bisschen streuen. Und den Rest pflanzen wir komplett mit Wohngebiet zu. So. Überall mal so ein bisschen. damit die auch wirklich überall mal so einkaufen gehen können. Und der Rest wird jetzt gepflastert. Platsch. 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 Und schon ist es voll. Ich bin mal gespannt wann Leute einziehen. Das sieht schon cool aus finde ich. Also. Ist jetzt vielleicht meine Meinung. Aber ich finde es sieht eigentlich jetzt cool aus. So weit sieht man auch nicht alle Tage. Gefällt mir. Erinnert mich so ein bisschen an ein Gebiet in Darmstadt. Da verlaufen die Straßen auch ganz komisch. Aber mir fällt gerade was auf. Warum. Der Verkehr hat sich schon wieder verschoben ne. Ja. Wobei ne. Hier brennt immer noch die Hölle. Aber hier ist überall. Also hier hatten wir vorhin ja auch mega Probleme. Aber das hat sich auch schon wieder fast aufgelöst. Mysterious. Das ist ein Fall für Galileo Mystery Leute. Ganz komisch. Alter. What the fuck. Die haben ja alles voll gebaut. Ohne Spaß habe ich nicht mit gerechnet. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Deswegen brauchen die jetzt auch hier erstmal Feuerwehr unseren Krempel. Und Krankenhaus. Ich kriege jetzt alle hier die großen teuren Sachen. Dann brauche ich da nämlich nur eins. Zwei von. Oder eins. Und dann langt das schon. Krematorium muss da noch hin. Jupp. Auch das muss hier noch hin. Passt. Wie sieht es mülltechnisch bei euch aus. Müll. Ah doch. Haben sie. Haben sie. Haben sie. Haben sie. Aber ich hatte ja noch ein paar Sachen. Müllhalden. Die ist noch nicht geleert. Wie sieht es eigentlich hier aus. Recyclingbetrieb. Der ist schön im Betrieb. Finde ich geil. Da werde ich vielleicht dann auch noch den einen oder anderen bauen. Müssen wir mal gucken. Strom fehlt hier noch. Da unten fehlt dann logischerweise wohl auch noch. Strom? Nein. Warum fehlt denn hier kein Strom? Moment. Verstehe ich gerade nicht. Warum hat das hier kein Stromproblem? Komisch. Na ja. Soll nicht mein Problem sein. Hups. Falscher. Falscher Knopf. Ich werde jetzt wohl mal die Steuern für gering besiedelte Wohngebiete mal aussetzen. Und auch für das gering besiedelte Gewerbegebiet. Ah ne. Moment. Hups. Hups. Das sind ja Steuererhöhungen. Steuerentlastungen. Entschuldigung. In der Hoffnung, dass ich das dann hier ein bisschen voller bekomme. Werd jetzt auch noch ein paar Parks reinsetzen. Damit die es hier schön grün haben. Und der Park braucht Strom. Achso. Ja. Gut. Für Beleuchtung und sowas. Stimmt. Stimmt. Aber momentan will ja eben irgendwie eh kaum jemand wohnen. Deswegen lasse ich das. Oder wobei. Doch. Komm. Ich ziehe jetzt einfach mal überall Strommasten ein. Wenn nachher Leute da wohnen, dann lösen sie sich ja glaube ich eh auf. Äh. Na gut. Jetzt wird mir das natürlich ein bisschen zum Problem. Die ungeraden Straßen. So. Stromproblem hätten wir hier gelöst. Aber die kriegen die Toten immer noch nicht weg. Was ist das denn? Wie sieht es denn stromtechnisch gerade aus? Verfügbarer Strom. Na geht so. Ich habe mir überlegt, ich würde sau gern mal ein Atomkraftwerk bauen. Weil ich frage mich, ob es da auch Unfälle geben kann. Ich fände es auf jeden Fall sehr witzig, muss ich gestehen. Strom müsste ich jetzt eigentlich für immer genug haben wahrscheinlich. Ja. Sieht ganz gut aus. Wie sieht es denn eigentlich bei unserem Hafen aus? Den muss ich auch mal überprüfen. Ähm. Wo mache ich das nochmal? Auch bei Verkehr, ne? Ne. Nicht bei Verkehr. Hier. Ne. Fracht. Frachthafen ist da nicht mit drin. Na. Ah. Ausgehende Verbindungen? Ne. Ich importiere nur, aber ich exportiere nichts. Sehe ich gerade. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ach da, Gesamtexport. Ah. Tourismus. Ach, diese Gebäude bringen was für Tourismus. Das ist ja interessant. Das wusste ich noch gar nicht. Wöchentlicher Touristenbesuche. 90. Das ist natürlich nicht viel. Das ist ja was. Dann knallen wir einfach noch mehr von diesen besonderen Bauten hin. Ich bin, wie gesagt, immer noch in derselben Aufnahmesession. Deswegen habe ich bisher noch keine neuen Sachen, die ich nach dem Abonnenten benennen kann. Könnt ihr euch dann gerne wünschen, ob ihr davon was werden wollt. Hier so ein richtig schönes Stadion. Das packe ich jetzt einfach mal mit ins riesige Wohngebiet. Und genauso das Theater. Wenn ich Platz dafür finde. Ich dachte eigentlich, ich hätte genug Platz in diesem Wohngebiet. Aber dem scheint nicht so zu sein. Flughafen kann ich jetzt auch bauen. Ach man, komm. Ich reiß mal hier diese Straße weg. Ich will das hier reinsetzen. Bam. Perfekt. Warum ist denn hier so wenig Strom? Da fehlt eine Verbindung. Warum fehlt eine Verbindung? Jetzt müsste doch... Ja, jetzt ist alles an Strom angeschlossen. Perfekt. Sehr gut. Ein paar Häuser wurden hier überall schon hingebaut. Aber da kann natürlich noch gerne mehr kommen. Guck mal, was sind das eigentlich für Wege? Ist das Kiesweg? Kann ich hier andocken? Ja, tatsächlich. Ja. Komm mal hier schön Kiesweg hin. Wunderschön. Kann man auch mal lang flanieren. Und die machen auch direkt noch eine eigene Verbindung zur Straße. Das ist ganz praktisch. Gerade habe ich hier jemanden... Irgendjemanden das Haus gekillt. Tut mir leid. So. Passt. Wunderschön. Da müssen noch Wege hin. Ich weiß, es ist jetzt nur gerade so ein bisschen Kosmetik, aber ich finde das gehört einfach auch ein bisschen dazu. Ich bin froh, dass man das überhaupt machen kann. Wie Karg früher so bei SimCity 3000 und so die Gebäude aussah, äh, die Städte aussah. Das finde ich immer ein bisschen schade. Finde ich ganz cool, dass man das jetzt hier ein bisschen mehr machen kann. Alter, und jetzt ist hier schon eine richtige Hochhaussiedlung entstanden. Wie cool. Freut mich. Leider aber halt alles Wohnhäuser und keine Gebäude. Äh, keine... äh, Firmen, aber doch hier jetzt zum Beispiel die Firma. Das ist ein interessantes Häuschen, äh. Hier mit einer Einkerbung und oben... Mit Gras drauf. Sieht jetzt nicht nach einem Heliport oder sowas aus. Coole Sache auf jeden Fall. So langsam fängt sich die Stadt an zu machen. Und das werden wir dann auch in der nächsten Folge weiterführen. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüssi.